Hier haben wir ein Modell eines Schreibprozesses, das die verschiedenen Teilprozesse des wissenschaftlichen Schreibens darstellt. Grob gesagt kann man unterscheiden zwischen planen, recherchieren, strukturieren, formulieren und überarbeiten. Wenn ich hier jetzt allgemein von wissenschaftlichem Schreiben spreche, dann beziehe ich mich auf diesen ganzen Prozess und nicht nur auf das reine Auf- bzw. Runterschreiben von Gedanken. Die Pfeile in der Mitte stehen beispielhaft dafür, dass der Schreibprozess nicht linear vom leeren Blatsch über das Planen, das Schreiben eines Rotextes und das Überarbeiten verläuft, sondern dass immer wieder zwischen den einzelnen Phasen hin- und hergesprungen wird und manche Phasen auch immer wieder und auch gleichzeitig bearbeitet werden. Beim wissenschaftlichen Schreiben sind wir kognitiv ziemlich gefordert. Viele Aufgaben laufen parallel ab und sind sehr komplex, was gerade im Rahmen der ersten wissenschaftlichen Arbeit auch einfach sehr überfordern sein kann. Gleichzeitig kann es auch emotional belastend sein, wenn man sieht, was man alles auf dem Weg zum finalen Textprodukt leisten muss. An der Stelle kommen jetzt KI-Tools ins Spiel. Um es mit der Theorie der verteilten Kognition zu begründen, die kognitiven Prozesse, die beim Schreiben ablaufen, werden durch die KI auf ein ganzes System verteilt, bestehend aus Menschen, Werkzeugen und Artefakten. Das ist dann so, wie wenn ich ein Literaturverwaltungsprogramm, beispielsweise Zotero, nutze. Ich muss nicht alle gelesenen Texte irgendwie im Gedächtnis behalten, trotzdem gehen sie nicht verloren. KI-Tools können uns im Schreibprozess also kognitiv entlasten, indem niedrigere kognitive Prozesse, zum Beispiel das finale Lektorat, ausgelagert werden. Sie entlasten uns aber auch psychisch. Sie können uns die Angst vor dem leeren Blatt nehmen, die Angst davor, uns irgendwie im Schreibprozess zu verlieren. Und schließlich können sie uns auch zu anspruchsvollerem Arbeiten befähigen. In diesem Modul unterscheide ich zwischen KI-Tools, die zur Ideenfindung eingesetzt werden können, solchen, die bei der Literatur Recherche und dem Verstehen von Forschungsliteratur helfen und uns somit entlasten und KI-Tools, die zur Optimierung von Texten eingesetzt werden können.